yo was geht ab meine freunde sehr lieber wieder am start ja heute mal mit einer ganz neuen rubrik und zwar habe ich vor grad unter dem hashtag respect for other youtuber im kanal vorzustellen und ich habe mir so überlegt so ein bisschen blöd vor jedem video hier im kanal 10 20 30 sekunden vorzustellen deswegen werde ich einmal in der woche so ein video machen entschuldigung so ein video machen in dem ich einen kanal vorstelle in einem nur für diesen kanal erstelltem video also jetzt nicht nur kurz vor einem gameplay schnell einen kanal erwähnen sondern wirklich jetzt hier ein kanal vorstellen und zwar möchte ich heute meinen guten alten freund black dragon vorstellen es war der erste youtuber der mit mir zusammen was aufgenommen hat und naja wie soll ich sagen der kontakt besteht auch immer noch und ja ich kann eigentlich guten gewissens sagen dass wir eigentlich eine sehr gute beziehung aufgebaut haben also auch freundschaftlicher basis also no homo ne auf freundschaftlicher basis eine beziehung aufgebaut haben und wir nehmen auch wirklich sehr viel miteinander auf wir stream fehlen zusammen und ja ihr seht es schon unter anderem spielt er call of duty black ops 2 orienter blind forest stream tut er auch sehr oft hier let's play minecraft jurassic park da wo ich auch mit mit spiel dann gucken wir mal seine kanal info an 39 abonnenten aber seit 12 10 2013 dabei also ich muss sagen es nicht so der werbetyp er sagt immer zu mir er macht es aus spaß ihm ist es alles nicht so wichtig was klicks und so weiter angeht aber er hat es verdient also seine videos sind wirklich klasse und auch was bei youtube angeht bei ihm oder halt zu seine seine videos er hat wie so eine art gespaltete persönlichkeit also wenn er alleine aufnimmt ist so komplett anders als wenn er mit jemand anderem aufnimmt das immer so ja so lustig drauf und hier und da mal ein paar späße aber wenn er alleine aufnimmt kann auch ernst sein und ja also ich finde wirklich seine videos qualitativ gut also wirklich da kann sogar ich mir eine scheibe abschneiden und ihr seht schon hier im moment tale projekte black ops 2 blind forest minecraft jurassic park mod pack ja soviel ich weiß läde auch täglich hoch schau mal vor einem tag vor zwei tagen drei tagen vier tagen also so gut wie täglich ist er am hochladen und ihr seht schon viel ja kabal kabal das war auch ein gemeinsames projekt aber ich denke mal das werden wir auch mal weiter führen glaube ich mal das seht ihr hier so ori call of duty ori hier wieder jurassic park und ja also auf jeden fall hat auch sein kanal richtig gut aufgeräumt hat alles in playlisten also hier wirklich einen kompletten überblick habt ihr dort und auf jeden fall richtig geil ich werde mal eine kleine nachricht drauf klatschen und das herzen darf natürlich nicht fehlen hier sehenswerte kanäle da bin auch ich mit dabei die send ich auch mit dabei und ja das war es eigentlich schon so von dieser kleinen kanal vorstellung auf jeden fall klickt hier das ist ein befehl es wäre richtig klasse wenn ihr mal so auf seinem kanal vorbeischaut und hier auch ein abo da lassen würdet der hat es auf jeden fall verdient also ist wirklich das wirklich cool drauf und wirklich ein sehr sehr netter junger mann und ja das war es dann auch schon und ich denke mal dieses format wird es jetzt alle alle zwei wochen wollte ich gerade sagen jede woche geben sonntags indem ich dann hier so andere kanäle vorstellen werde unter der rubrik respekt für other youtuber ich hoffe es hat euch dann so an sich gefallen und dann wenn ja würde ich mich freuen wenn ihr dann bei black dragon vorbeischaut und ihm ein abo gibt bis dahin haut rein euer selibel ciao